Hallo und herzlich willkommen bei Yellow Fortress und heute zeige ich euch mein Infernal Deck Profile. Das Deck wurde ja durch die letzte Liste relativ zerstört, weil Reasoning auf eins gegangen ist, aber es ist immer noch spielbar, man kann damit immer noch OTK'n, aber es ist nicht mehr Metafähig und es ist auch nicht mehr richtig Rogue-fähig. Es ist halt nur noch so eine Art Fun-Deck. Und ja, ich fange mal an mit zwei Unonjuice. Spiele ich auf zwei, weil ich die Fusion spiele, außerdem ist der allgemein relativ gut. Man kann ja Ibis-Dweller machen, dann ihn und ein ganzes Cosmo-Board teilweise klieren. Zwei Deviatis, weil mit der beste Infanoid, wenn er kommt, schießt er halt Scales, einfach alles weg und er kann Monster-Effekte nicht gehen, das macht ihn unglaublich gut. Dann spiele ich Dreier-Tonnel, weil man kann mit Atonnel noch auf Rang 8 gehen und er hat immer noch furchtbares OTK-Potenzial. Drei Sightsemmers, rein theoretisch auf Rang 7er bin ich nicht der Fan von, aber sonst Banished halt eine Karte auf dem Feld ohne zu zielen, was ziemlich gut ist. Dann Drei-Pad, um Spellen-Traps zu schießen und auf Rang 4 zu gehen oder Synchros zu machen. Dann spiele ich immer noch Drei-Harmadic, um Monster zu schießen und mit Dekatron einen Vierer zu bekommen. Zwei Antra, um Sachen zu bouncen oder halt ein bisschen zu deffen, weil er halt 2000 hat. Dann spiele ich als letztes noch einen Peer-Mais bei den normalen Infinoids, weil er kann halt eine verdeckte Back schaffen, was in manchen Situationen seltener ziemlich gut kommen kann. Und ansonsten natürlich noch den besten aller Infinoids 3 Dekatronen, outet fast alles und ist sehr flexibel mit Synchro-Plays und so. Dann spiele ich zwei Raiden. Raiden ist halt für Synchro da und ein bisschen was zu nennen. Dann das eine traurige Reasoning, das eine Monster-Gate und das eine Burium. Das eine One-For-One noch. Und ansonsten spiele ich zwei Void Imagination, zwei Charge of the Light Brigade, zwei Instant-Fusion, um auf Synchro-Plays zu gehen oder um auf Rang-Vier-Plays zu gehen. Dann spiele ich drei MST. Ich spiele MSTs, weil ich habe vorher Twin-Twister gespielt. Twin-Twister ist auch eigentlich viel besser in dem Deck, weil Discarden macht halt keinen Minus wegen den großen, die kann man alle aus dem Grave holen. Ich denke, ich werde auch bald wieder auf Twin-Twister umsteigen, weil Twin-Twister einfach viel besser als MST ist. Aber in der Version, wegen der Karte, die gleich noch kommt, will ich halt keine Karten so viel Discarden und will eigentlich nur die wichtigsten Sachen wegschießen. Aber ich denke, ich werde trotzdem wieder auf Twin-Twister umsteigen, weil sie einfach besser ist. Also sind das wahrscheinlich eher so drei Twin-Twister. Und die letzte Karte, die ich dreimal spiele, ist Left-Arm Offering, Opfer des linken Arms. Um Reasoning oder unsere Müllkarten aus dem Deck zu suchen, um kräftig zu müllen. Für Konstanz halt, die bisschen Konstanz, die das Deck noch hat. Dann komme ich jetzt zum Extra-Deck. Ich spiele ein Tierra für die Fusion. Und wenn er kommt, hat er halt noch mehrere Effekte. Dann ein Noden für Exzises oder Synchro-Plays mit Instant-Fusion. Chanbarra, man holt ihn halt auch am meisten durch Instant-Fusion mit Dekatron im Friedhof. Und er macht halt 4-6 Schaden, was halt zu furchtbarem OTK-Potenzial führt. Ziemlich gute Karte. Dann ein Geier-Ritter für OTK. Ein Scrap-Archip-Meter-OTK. Das, man macht Dweller. Ihn oder Ununchu, schießt ganzes Cosmo-Border weg. Omega, recycelt Ressourcen und ist ansonsten, ich finde, die beste Synchron im Deck. Trischler, wenn er kommt, kommt er teilweise für Game, beziehungsweise macht halt, richtet halt Schaden am Feld an und zerstört die Hand des Gegners. Dann ein Hopar-Bringer, weil es ein guter Achter, ein Terrien und ein Full-Armor. Ist halt ein Viertausender, der auch noch Karten schließen kann. Ist ziemlich gut. Ein Castell, um Iron-Wall oder so einen Scheiß wegzumischen. Zwei Dweller, wegen Cosmo-BA und ein Pearl für OTK. Dann komme ich jetzt zum Side-Hack. Im Side-Hack-Spich, ein Christia ist halt der Vanity-Swing des Decks. Man holt ihn mit Reasoning oder Monster-Gate aus dem Deck, weil der Gegner wird in diesem Deck nie 8 sagen. Dann drei System-Down gegen Cosmo. System-Down machen und OTK hinlegen. Ein Lichteinsperrender sonst noch gegen Cosmo. Seelenentzug kann man gegen Cosmo boarden, würde ich aber jetzt eher gegen so Sachen wie Nermal oder BA, so ein Kram halt boarden. Dann drei Shadow gegen BA, weil BA ist scheiße. Dann drei Anti-Spell gegen Pendulum und drei Masken gegen Monarch. Ja, das war mein Infonaut-Deck-Profile. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr noch weitere Deck-Profiles sehen wollt, guckt einfach mal auf unserem Kommunal dabei. Ja, das war's und tschüss.